Ich komme wegen Rückenschmerzen. Das ist halt immer Thema. Also man spürt es beim Aufstehen, beim Liegen, manchmal im Bett. Hallo Frau Willmann, ich bin Petra Pracht. Hallo, kommen Sie mit? Hallo, da ist sie ja. Rolandin Schöp-Pracht, hallo. Frau Willmann, warum sind Sie heute hier? Ich habe Rückenschmerzen im unteren Rücken, jetzt schon seit sechs Jahren, ausgelöst durch einen Autounfall. Was haben Sie seither alles unternommen? Viel, also es hat angefangen mit Physiotherapie, Osteopathie, Chiropraktika, Schröpfen. Hat denn von diesen ganzen Dingen, die Sie versucht haben, irgendwas positiv gewirkt, also dass die Schmerzen weniger geworden sind. Es waren immer nur kurzfristige Sachen. Und die Schmerzen sind immer da? Ja. Egal ob sie liegen, stehen, laufen? Unterbewusst immer, ja. Also einfach auch in der Küche arbeiten. Ich meine, wie alt sind Sie? 23. Ja. Und das seit sechs Jahren, das ist einfach schon immer Thema. Roland wird Sie jetzt behandeln. In der Behandlung versucht er, die muskuläre Situation bei Ihnen zu entspannen. Gut, Roland, ich würde dich einfach bitten, Frau Willmann, wegen ihrer Rückenschmerzen zu behandeln. Ja, klar. Ja. So, Frau Willmann, jetzt geht es darum, wie können Sie den Schmerz am besten auslösen? Also, wenn ich jetzt mich nach vorne beuge, vor allem. Ja, dann bitte mal dorthin stellen. Also, ich könnte schon weiter, aber ich spüre es. Okay, gibt es noch eine Position? Die andere? Okay, okay, okay. Jetzt fängt es schon an. Ja. Dann würde ich Sie bitten, die Schuhe auszuziehen und bitte mit dem Rücken oder auf dem Rücken hierher legen. Und was ich jetzt zuerst mache, ich gehe an einen Muskel und es hat sich gezeigt, dass der oft mit Rückenschmerz im unteren Bereich zu tun hat, zusammenhängt. Und Sie haben schon gezuckt. Das ist das Zeichen, dass dieser Muskel sehr, sehr gestresst ist. Und das ist gut, weil wenn er gestresst ist, können wir ihn entstressen. Jetzt bitte mal ganz langsam hochkommen. Beschreiben Sie mal, wie ich das Gefühl jetzt ist so. Besser. Besser? Ja. Nichts mehr zu merken? Fast nicht. Ja, super. Einfach mal bitte laufen und beim Laufen mal vergleichen mit das Laufende. Einfach mal darüber laufen und wieder zurück. Das ist schon gut, ja. Einfach beschreiben. Nicht so blockiert. Ja, schon freier. Freier? Geschmeidiger. Geschmeidiger. Okay, dann machen wir jetzt die Position nochmal. Bitte mal so stellen, wie vorhin. Okay. Und da unten, wenn Sie jetzt da unten sind, ist ja viel weiter als vorher. Wie ist der Schmerz da im Vergleich zu vorher, wo er ja weiter oben viel mehr war? Fast weg. Fast weg. Was heißt das jetzt? Bitte mal kurz Platz nehmen. Das hier war der Winkel, in dem es stark gezogen hat. Mhm. Und jetzt waren Sie hier. Der deutliche Unterschied. Ja. Und da tut es ja nicht mal im Rücken weh dann. Jetzt bei der Therapie ist halt als eine gute Maßnahme, um auch Sie zu motivieren und zu merken, wie Sie sich fühlen können. Was Sie jetzt gefühlt haben, Dauerzustand werden soll, dann müssen Sie die Übungen machen. Und Entspannung. Und jetzt bitte mal ein paar Schritte laufen. Aber wie fühlt es sich an bei Ihnen? Mal nach vorne beugen, nach hinten überstrecken. Wow. Das ist schon. Das ist ja viel. Ja. Ja, nochmal runter. Und beschreiben Sie mal. Ja. Man kommt viel weiter und hat nicht so eine Blockierung mehr. Okay. Ja. Geschafft. Ja. Wann Sie anstrengend? Nee, es war angenehm. Wie fühlen Sie sich jetzt? Gut. Befreit. Befreit. Ja. Danke, dass ich kommen durfte. Sehr, sehr gerne. Und wir bleiben in Kontakt. Ciao, gutes Nachhausekommen. Danke. Ciao. Meine Behandlung mal lief schon pracht, war der volle Erfolg. Ich bin sehr froh, dass ich davon erfahren durfte. Mein Rücken tut nicht mehr weh. Wenn er doch mal wehtun sollte, mache ich einfach die empfohlenen Übungen. Und dann geht es gleich wieder besser. Ich bin sehr froh, dass ich mich nicht mehr so reinsteigere. Ich bin sehr froh. Danke. Danke. Vielen Dank.